Wer in Obertrum etwas umbauen oder abreißen möchte, der muss nicht lange suchen, denn einen Fachmann gibt es mitten im Ort. Die Firma Seidel. Beton- und Abbrucharbeiten sind ihr Steckenpferd, ein Familienbetrieb mit einer spannenden Geschichte, den es seit über 40 Jahren in Obertrum gibt. Seit über 40 Jahren, genauer gesagt seit 1979, ist die Firma Seidel der Profi in Betonbohren und Sägen. Als Ein-Mann-Betrieb gegründet, werden mittlerweile mehr als 2000 unterschiedlichste Baustellen, vorwiegend in Österreich und Bayern, erfolgreich abgewickelt. Die Firma Seidel ist ein Unternehmen, das sich mit Betonbohren und Sägen beschäftigt. Das ist eine Dienstleistung am Bau, wo einfach Bohrungen und Sägen durchgeführt wird. Wir können zum Beispiel Türen rausschneiden, wo man einen Anbau hat. Oder wir machen Kernbohrungen für Installationsleitungen oder man macht auch Bohrungen für Küchenkunstabzug. Also die Bandbreite ist sehr groß. Von Kleinbaustellen bis Großbaustellen wickeln wir alles ab. Die Auftragslage der Firma Seidel ist sehr gut. Insofern ist es das Bestreben des Familienunternehmens auch weiterhin seine Schnelligkeit, Flexibilität und Verlässlichkeit mit seinen Mitarbeitern zu garantieren. Unsere Mitarbeiter sind Spezialisten auf der Baustelle. Da geht es immer um Statik, um Schutz des verbleibenden Gebäudes. Da muss man einfach ein gewisses Know-how haben. Und da sind wir recht stolz drauf. Unsere Mitarbeiter, die ja schon großteils jahrelang die Arbeiten durchführen und das einfach wirklich richtig machen, weiß nur nicht, dass was passiert und dass irgendein Schaden entsteht. Vorsicht ist eben die Mutter der Porzellankiste und das angesprochene Know-how wird firmenintern angeeignet. Der für die Firma Seidel auf einer Baustelle arbeiten möchte, braucht keine spezielle Ausbildung. Es zählt der Wille, anzupacken und den Umgang mit den Arbeitsgeräten zu erlernen. Selbiges weiß auch Simon zu berichten, der dem Unternehmen schon über zehn Jahre angehört. Die Arbeit bei der Firma Seidel ist unter anderem sehr abwechslungsreich. Wir sind alle auf andere Baustellen, wir haben alle andere Herausforderungen. Egal ob das jetzt eben ein Fenster zum Schneiden ist oder irgendwo ein Schrägsloch durch die Bodendecken durch. Es ist immer eine andere Arbeit und wir sind immer an einem anderen Einsatzort. Also es ist sehr abwechslungsreich und das macht mir sehr viel Spaß. Zwischen Lenz, Salzburg und München sind die meisten Aufträge auszuführen. Für Spezialaufträge sind die Seidel-Mitarbeiter auch gerne bereit, bis nach Wien oder über die Grenzen Bayerns zu fahren. Die Motivation im Bereich Betonbohren und Sägen die Nummer 1 in Österreich zu sein ist hoch und wird bei der Firma Seidel aus Obertrum entsprechend gewürdigt und gefeiert. Die Motivation im Bereich Betonbohren und Sägen die Nummer 1 in Österreich zu sein ist hoch und Vielen Dank.